ok 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 let's go oh warte hier ist ein task ich habe keine ahnung ob das ist ganz schön dunkel hier ich bin halt wieder alleine ich mache mich natürlich immer natürlich immer wie sagt man strafbar ah geil mit leertaste was für eine lebensqualität zum glück hat das noch jemand in den kommentaren geschrieben und ich habe das heute wieder vergessen weil mein formel war heute sehr sehr wild in der tat alarm jetzt schon schnell ich dachte ich habe jetzt peter reportet weil ich wollte gerade sagen peter und ich sind die ganze zeit eigentlich zusammen gewesen zumindest mal jetzt am anfang das war ganz oben bei greenhouse da bin ich habe ich jetzt gerade das ist auch über office und admin ja das da wo dieser das gefühl dass ich fast jeden diese runde schon gesehen habe und beim admin ding wo ich gerade am auftragen aufträge gemacht habe war dalo auf jeden fall aber der war dann weg keine ahnung nach unten aber darf ich kurz ermitteln diese wie oft hast du die map schon gespielt also das ist jetzt meine ist doch gar nicht meine dritte runde und hast du die map schon mal als crewmate gespielt also jetzt unabhängig von der runde die hier sind jetzt nicht die davor warst du davor schon mal crewmate das kann das glaube ich dir sogar aber einem anderen maxi wieso hast du für die quest am anfang mit der anomalie und ich dachte man muss ich muss aber tatsächlich ich muss aber ich muss da maxi bestellen ich habe die runde davor wo ich auch crewmate war auch nicht kapiert dass man da war ja aber ich habe die aufgabe noch nie gehabt wirklich glaube ich ich glaube da wurde gefakt ganz wild ja ich meine dann wüsste ich das doch dalu ist wieder mein bester freund und dalu können wir gleich kurz in die kaffeteria zum automaten gehen ich muss was zu trinken kaufen ja aber wer also das ist ja nur einer tod kalle und wir haben ja noch keinen wäre ich gerade eben mit dir in dem lager gestorben wenn du noch ein meter auf mich zugekommen nein ich will einfach nur mit dir befreundet sein ich finde bedrohung ausschalten ich finde ich finde dalu ist einfach eine sohn gerade ich glaube dalu es ist es moment am anfang wurde das licht ausgemacht bedeutet es muss ja auch irgendjemand sein der was vor hat aber das niemand gestorben oder j habe ich ja noch gesehen ist jetzt 20 prozent auf dardos mein dalu kann nicht rausbauten er will mich um den ring votet mich gucken wir mal was wir für aufgaben machen da haben wir doch mal kurz dardos geht wie geht das denn man wieso bin ich mal alleine die leute sind immer so schnell mit den tars ich bin halt wirklich totales opfer jedes mal ich bin das totale opfer bin ich ganz ehrlich warte moment hier das complete nice gg good job good job aktie kalle steht voll auf der leiche ich muss ja meine ehrtaste finden gerade zweitens war eben das licht ausgericht habe angst im dunkeln und zu drittens weil ich gerade um das sie hat gesehen ich habe der kabel gemacht ich habe gar nix gesehen ich habe von dir gar nichts aber ich traue ich doch nicht Ey, dann ist das wirklich Kalle und er hat ihn betrayt, 100 Pro. Du warst gerade bei mir. Ich habe ihn doch gerade reportet. Ich habe gereportet. Ja, aber ich stand da genau drauf. Deswegen habe ich auch gereportet. Sag mal kurz, Leise, also Dardoch, Kalle, Dalu und ich sind länger oben beim Labor geblieben, sind dann runter. Kalle hat sich dann, glaube ich, quasi als erstes gesplittet von einer Gruppe. Dalu ist dann bei diesem, ich sage jetzt mal, V-Gang oder A-Gang links, hat eine Task gemacht. Dann ging es Licht aus. Dadurch habe ich noch gesehen, während das Licht ausging, ist es dann runter nach Cafeteria, während ich direkt hoch zum Licht fixen gegangen ist. DC war da auch oben. Ray hätte mich auch die ganze Zeit töten können, muss man sozusagen. Also ich glaube, nicht, dass es unbedingt Ray ist. Ich bin auch bei euch geblieben, weil ich gedacht habe, einfach um zu checken, ob da jetzt ein Kill passiert und halt auch, ja, um sicher zu sein. Genau, Peter, sag mal bitte ganz kurz. Bei dem Gang, bei dem Dreieckgang. Ja, genau, da links, oder? Da, wo er seine Task gemacht hat wahrscheinlich. Nee, das war mitten im Gang. Mitten auf der Kreuzung eigentlich. Also ich bin ja schon dumm, aber ich töte doch niemanden mitten im Gang. Aber dann, dann muss der Kill aber, glaube ich, echt kurz vom Report gewesen sein. Also, ich muss sagen, weil er hat noch was vorher noch gelebt. Also, pass auf, Kalle und Dalu laufen die ganze Zeit rum. Wenn irgendjemand Dalu tötet, müsste Kalle doch instant einen Report-Button haben, oder nicht? Die haben die ganze Zeit gekuschelt. Wir waren gerade wirklich die letzten zehn Sekunden nicht zusammen, wegen des Lichtes. Und dann bin ich hoch und dann war das Licht wieder da. Wir voten nicht. Okay, aber was ich daran nicht glaube, ist es Ray und Dardosch, oder wie? Nee, ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht, nee. Oder? Wir voten keinen. Nee, kein Problem, es geht bei sieben. Also, Kalle war verdächtig, würde ich sagen. Da stand er auf der Leiche. Er stand auf der Leiche. Da du würdest dich nicht alleine lassen bei dem Licht. Also, das spricht nicht für dich. Hm, ich wüsste jetzt nicht. Kalle stand da komisch in der Ecke. Storage wiring. Wo ist denn wieder Storage wiring? Fixing Light. Hat schon wieder einer Licht ausgemacht hier. Okay, Ray hat Licht lang. Ray ist... Also, ich glaub, Ray ist es nicht. Ray ist es nicht. Ich glaube, du kannst ja als Imposter kannst du ja keine Tasks machen. Buddy. Alles klar. Hey, mach's nicht. Mike. Mike, da war sowas von. Einer Peter liegt tot in diesen Wicons. Ja, ich mach die Luftschleuse auf und da kommt mir eine Leiche entgegengestolpert. Und Mike. Nee, genau andersrum eigentlich. Ja, genau andersrum. Da geht's für mich nichts. Dann vote ich Maxi. Mike, was hast du denn zu deiner Verteidigung zu sagen? Willst du noch jemanden grüßen? Ich lauf in diesen Dekontillationsgang runter. Du warst da doch drinnen. Du lügner. Du lügner. Was? Du lügner. Du lügner. Ja, ich lauf den Gang runter, von oben nach unten in diesen Gang rein. Maxi kommt mir hingegen, killt Peter und reportet und beschuldigt mich. Also Maxi ist mir gerade aus... Genau, hab ich gerade genauso gemacht. Genau, Maxi kommt von unten nach oben. Also er läuft quasi von, was ist das, Locker-Room nach oben in diesen Dekogang. Ich lauf von oben Reaktor runter. Dort ist dann Peter. Dizzy, wie hast du jetzt gewodet? Ich? Ich hab Mike gewodet. Maxi war der bessere Teammate. Was? Ja, aber... Moment, Moment, Moment. Ich find halt... Votet mich ruhig raus, aber behalt's dann Maxi im Auge, weil... Ich muss sagen, dass Dardosch dir noch gar nichts gesagt hat, ist so verdächtig. Dardosch ist immer am laudesten. Ist es auch. Also, können wir ganz kurz im Mord sagen, dann kann er nicht. Nein, lass mich mal ganz kurz. Ich hab noch einen zweiten Verdammt an Dizzy. Warum bist du beim Admin-Tisch hinten rumgelaufen? Bist du gewandet? Äh, was bin ich gewandet? Nee, ganz ehrlich, auch an dieser Stelle, ich bin 35... Nein, jetzt hör mir doch zu! Dizzy, der Maxi gerade deckt. Mir ist egal, ihr könnt mich gerne voten, aber dann müssen wir danach Maxi voten. Ich lauf halt gerne mal eine Extrarunde. Was soll ich denn gewandet sein? Maxi und Dizzy maximal... Kein Coup-Mate würde sagen, votet mich raus, weil das absolut Schwachsinn ist. Das tut man nur als letzte Verteidigung, wenn man wirklich in die Ecke gedrängt wurde. Hat Ray letzte Runde auch gemacht, das ist Dizzy nicht, weil Dizzy Mike gewartet hat. Maxi, das kann so smart von dir sein, ne? Ich weiß nicht, wie schlau du bist. Nee, ist okay, votet mich gerne raus, aber dann bitte Maxi, weil er war's. Ich bin nicht sonderlich smart, echt ein schlechter Lügner. Ich würde dir jetzt einmal vertrauen, aber dann nie wieder. Okay. Ich vot Maxi irgendwie, guck mal dieses Disches vor. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, es lag an mir. Maxi gewartet. Aha, aufpassen. Ja, ja, dadurch ist auch zweitig. Wie die dann auch immer alle gleich auf mich gehen, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Wow. Wow. Dadurch. Dadurch ist sehr ruhig, diese Runde. Sehr, sehr ruhig. Das heißt eigentlich in der Regel, dass er im Postal ist. Oh, das... Es war so obvious. Ich hab's... Leute, ohne Scheiß. Ich geb euch Brief und Siegel da drauf. Dadurch ist immer im Postal, wenn er nichts sagt. Ja gut, also Dadurch. Das war jetzt aber sehr offensiv. Danke, dass ihr doch gekommen seid, Leute. Oh Gott. Maxi. Nein, 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 Dadurch. Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Warte, ich will mich doch nur mit Maxi unterhalten. Brauchst du ja nicht, brauchst du ja nicht. Brauchst du ja nicht, bist ja einfach... Warum denn nicht? Okay, okay, okay. Bevor ich jetzt rausgebotet wäre, möchte ich mich doch noch mal ganz kurz... Maxi, hattest du Angst eigentlich? Ja. Bisschen, oder? Ja, schon beim Licht ausmachen, wo du die Schalter nach unten... Ja, ich weiß nicht, ich hab die ganze Zeit wieder gespielt. Ich hab mich super ungült. Ja, da hab ich mich grad selber. Wurten wir Kalle also, Maxi, ne? Genau, Kalle raus. Kalle ist so verdächtig. Kalle, tut mir leid. Oh, scheiße, verklickt. Blöd, wenn ihr übereinander seid. Ja, my bad. Alles gut. Diese Runde war so absurd schlecht von mir. Das war sehr witzig. Also, Dadurch hat sich, glaube ich, sehr darüber aufgeregt, dass Kalle so Brain-up-Kar war. Ey, Dadurch. Ja, bitte. Du bist ein Arsch. Jedes Mal, wenn du nichts sagst, bist du ein scheiß Impostor. Ja, und ich sag das jedes Mal. Aber die Kalle ist der Zweite gewesen zu dem Zeitpunkt. Jedes Mal. Du bist über meine Leiche gelaufen. Als du da oben gerannt bist, hast du mich weggetreten. Ich hab gerade mit meinen Zuschauern geredet. Ich hab nicht hingeguckt. Und ich hab mich auch noch Wenspen gesehen. Ja, ja, ja. Das war so, ich mach keinen Talk mehr. Ich hab Peter getötet und in dem Augenblick kommt Maxi. Also, Dadurch, bei dir fällt es so heftig auf, wenn du Impostor bist, dass du dich so ruhig wirst. Ich sag das jedes Mal und keiner votet ihn dann. Jedes Mal. Ja, Dadurch war super ruhig. Du musst einfach die ganze Zeit immer diskutieren jetzt. Weil du bist dafür bekannt jetzt. Ganz witzig ist übrigens, ich bin zwei, drei oder vier Mal neben Leuten aus dem Vent gekommen. Direkt. Also, ich hab mich einfach dazu gestellt. Ja, aber diese 05-Sicht ziehst du halt echt nicht. Das ist echt krass. Und auch, wenn Leute an den Task waren. Einmal wollte ich, da standen, glaube ich, Maxi und Ray zusammen beim Download. Und dann wollte ich aus dem Vent raus einen töten und wieder rein. Einfach, dass der andere dann bezichtigt wird. Aber dann waren beide gerade fertig und ich konnte keinen töten. Und dann, okay, die haben ich jetzt. Das Licht war auch an. Sie hätten dich beide gesehen. Ja, deswegen. Ja, deswegen. Ich bin zwei, drei. Ich bin zwei, drei. Ich bin zwei, drei.